So, willkommen im nächsten Part von Final Fantasy und wir wollten uns... Ach, komm! Wie behindert ist so eine Scheiße, ey! Leck mich, ey! Immer wenn man zu irgendwas hinrennen will. Tombola, Mann, ich geb's euch jetzt so richtig fett in den Arsch! Witz! Jawohl! Nein! Verfickte Scheiße! Na, lol, ey! Er ist immer noch nicht down. Oha! Was geht ab? So. Ach, wir wollten uns das Teil angucken. Diese markten die Graves von Summonern und Guardianern, die failten. Ah, wir wollten uns das Teil angucken. Oha! 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 Und wir gehen hier hinten rein. Wir müssen jetzt eh gleich wieder kämpfen. Und hier ist ein Brusca-Sphäeroid. Den schauen wir uns natürlich an. Oh, by the way, Jekt und Oren senden ihre Regards. So far, unsere Reise hat sehr interessiert. Natürlich, es ist eine schwierige Reise, aber ich habe keine Regen. Es ist der Weg, den ich wähle. Yuna, wenn du aufhörst, musst du dein eigenes Weg finden. Do what you must do, the way you want to do it. Doors will always open themselves to those who do. Listen close, Yuna. Your future is yours to make. Live the way you want to. Whatever way that may be, you have your father's full support. Yuna, I will always be with you. Oren hat Ekstase-Tech-Suppression erlernt. Schön. Das gefällt mir natürlich. Weiter geht's mit einem Kampf. Den wir aber schon gesehen haben. Not much has changed in 10 years. Und geil, die hat wie ausschworen. Abhauen. Und what the fuck is this? Summoners that die appear. Aren't sent to the far plane. Why not? Who would send them? They die alone. So that means? Many have become fiends. And they may want Yuna's company. Well, Yuna will be fine. You're right. Wow. Unheimlich. So, in diesem Eck ist auch noch total unauffällig ein Schatz- Oh, Mann! Ein Schatz- So, ja. Und dann hast du dich halt hinterholt. Deck mich. Oh, Mann, du Choden, du. Toll, mach den lieber gleich ab. Oder machen wir das so? Ich will nicht unbedingt dieses Gar-Kima-Serra haben. So. Und tschüss. Und heilen. Äh. Yuna, wo bist du? Hier. So. Hier oben. Und was ist drin? Sicherheitsband. Keine Ahnung, was das ist. Alter Schwede. Der Gaga-Zett ist ja schlimmer als die Wüste. Boah, Wahnsinn. Ah, einfach immer und schüssen. Wat für'n Witz, ey. Dieser Gag. Der funktioniert immer. Ja, komm, leck mich. Hat das jetzt echt sein müssen? Euch haben wir doch schon alle. Er verschwindet. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Ihr Arsch geworden. Du kleines Pups-Gesicht mit Soße. Und wer ist das? Grüezi, Frau Yuna. Mein Name ist Wontz. Wir haben uns vorbeizet. Wir haben viele Mal vorbeizet, nicht wahr? Nicht vorbeizet, heute? Hm. Ich muss weitergehen mit meinem Bruder's business. Ihr habt ihn, glaube ich. Awaka XXIII. Merchant Extraordinaire. Wait. Hey, du bist der Bruder? Hm. Mein Bruder wollte zu helfen, Frau Yuna. Aber der Tempel ihn verabschiede, um zu helfen, traiter zu helfen. Sie verabschieden ihn wegen uns. Er hat ihn nicht verabschiedet. In der Fall, er hat mir gesagt, bevor sie ihn verabschiedet haben. Keine Angst, einfach zu helfen, Frau Yuna. Aber warum würde dein Bruder das für uns tun? Nun... Hey, das ist nicht die Zeit, um zu sprechen. Es gibt nichts zu tun. Willkommen zu O'Walkers. Und ein Tetraschild. So, das war's. So, und weiter geht es. Klar, und noch ein Kampf. So, wenn wir hier nach links gehen, wären hier noch zwei Kisten, die wir uns natürlich nachts im Kampf auch noch holen. Bye. Macht's gut, Leute. Genau hier. Hp's Ferruits. Und... Level 4's Ferruf. Sehr schön. Leck meine Oma ab. Ganz ehrlich. So. Weiter. Oh, man. Mann. Oh, fuck. Hey, Leute. Lass dich bloß nicht von dieser Mulde täuschen. Da ist nichts drin. Ich bin da schon ein paar Mal reingerannt. Und da musste ich immer wieder kämpfen, ey. Wahnsinn, ey. Dann kämpft man, dann geht man vier, fünf Schritte weiter und dann muss man wieder kämpfen, ey. Der Wahnsinn. So, diese Monster holen wir uns gleich. Fuck. Stirb. So. Perfekt. Keine Zeit, um zu verlieren. Los geht's! Jetzt sind wir gleich da. An einem Speicherpunkt. Und tschüss. Ja, ziemlich langweilig jetzt, aber... Was ist das? Alles, um zu verlieren. Es muss schwer sein. Tja, das muss peinlich sein. Aber zum Glück sind wir noch gut. Boah, ich hab schon gedacht, äh, hier rechts geht's lang. Das ist auch wieder so ein... Äh... So eine Täuschung. Mein Speicherpunkt, mein Speicherkumpf... Äh... Ja! Ich hab's geschafft! Okay... Dann... War's das für heute mit... Diesem Teil. Bis zum nächsten Teil, ne? Bis zum nächsten Mal.